18.000 Zuschauer, die größte Kulisse. Kultivitas desperatio, pugnazitas titio, miseria dominatio, tristitia formido, victoria reverenzio, un'univiria dominatio, tristitia formido, victoria reverenzio, tristitia formido, victoria reverenzio, un'univiria dominatio, tristitia formido, victoria reverenzio, 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 tristia formido, victoria reverenzio, tristia formido, victoria reverenzio, tristia formido, vict Audazia, gaudio, festivitas, fides, libertas, felicitas, dignitas, victoria, reverentia, magnovia. Liberatio speramus, liberatio otomus, caudiamus, või ternsiume. Liberatio obvistum, liberatio obvistum, siretamus, või või ternsiume. Viva, reverentia, viva. Liberatio obvistum, liberatio obvistum, või ternsiume. Liberace, või ternsiume. Emile või ternsiume. Või ternsiume. Või ternsiume. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Fragen Sie mich nicht, wie es weitergeht, wenn Ischtun hat auch verwandelt. Er schießt daneben und das Spiel ist aus. Meine Güte, meine Güte. Gratulation an den MSV. Riesenkompliment an Eintracht Trier. Das Spiel ist aus. 10 zu 9 nach Elfmeterschießen gewinnt der MSV Duisburg im Trierer Moselstadion. Und das ganze Stadion applaudiert beiden Mannschaften. Tja, das ist Pokal. Und so abgedroschen es klingen mag, dieser Fight, dieser Fight, der hatte keinen Verlierer verdient. Aber es muss halt einen Sieger geben. Und der heißt MSV Duisburg. Der MSV am 16. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den FC Bayern München. Also eine Neuauflage des Pokal-Endspiels von 1966, als die Bayern mit 4 zu 2 gewonnen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017